Hallo Leute, willkommen bei Hausflipper 2. Dies ist Teil 9. Und schaut doch mal, wie schön wir hier schon den Wohnzimmerbereich von unserem alten Bürohaus gemacht haben. Das will ich ja einrichten, um es zu verkaufen. Und wir sind in ein kleineres Haus gezogen. Und jetzt kommt hier der S-Bereich hin. Und ich frage mich, ob man da S-Tisch plus Frühstücksbar hinkriegt oder ob das nicht passt. Und vielleicht stelle ich mal die Stühle so hin, wie die stehen würden, wenn hier Frühstücksbar wäre. Dann kann ich das besser abschätzen. So. Ich meine, eigentlich braucht man nicht unbedingt eine Frühstücksbar, wenn man direkt daneben einen S-Tisch hat. Und ich tendiere... Also, mir persönlich ist ein S-Tisch wichtiger als eine Frühstücksbar. Kann natürlich sein, dass manche sich sagen, wir setzen uns eh nie hin an den Tisch zum Essen. Die Frühstücksbar reicht völlig, aber es ist wohl Geschmackssache. Also, tendenziell würde ich vielleicht... Jetzt gucken wir auch mal... Ne, hier. Das muss man offen lassen, weil man hier ja auch da hinten rauskommt. Sonst hätte ich gesagt lassen, machen wir hier den Eingang zur Küche. Aber das macht keinen Sinn. Oder? Macht das vielleicht doch Sinn? Nee, das macht gar keinen Sinn. Also, dass man dann hier noch Küchenschränke hinstellt. Nee, macht gar keinen Sinn. Also, wenn, dann hier Küchenschrank hinstellen. Tja, jetzt gucke ich mal nach S-Tischen. Wir wollen das ja so möblieren, dass das für, sagen wir mal, eine vierköpfige Familie reicht. Und es müssen also mindestens vier S-Plätze hin. Besser sind fünf. Also darf der Tisch nicht allzu klein sein. Gucken wir mal. Oh ja, die S-Tische waren auch relativ teuer. Da habe ich auch viel gejammert. Und geklagt. Ja, hier. Der ist bezahlbar. Aber ich schätze mal, der ist wahrscheinlich winzig. Das können wir aber gucken. Jetzt gucke ich erst mal, wie man den farblich ändern kann. Basis. Basis. Bleiben wir bei diesem Beige-Thema. Ah ja, das ist eine Holzfarbe. Okay. Probieren wir das ruhig mal. Die Oberseite. Machen wir mal wieder passend zu dem anderen. Das ist wieder aus dem Fliegenpilz. Das ist so ein bisschen unruhig für den Esstisch. Und auch zu klein, würde ich sagen. Ja, das ist dann nix halbes und nix ganzes. Aber bei so einem kleinen Haus jetzt in unserem Haus, wer käme der vielleicht in Frage? Rund ist, glaube ich, hier an der Stelle auch nicht so gut. Der sieht groß aus. Das würde hier vom Stil fast passen. Ja. Der ist aber, glaube ich, auch zu klein. Der ist schön. Der hier ist mehr so ein Outdoor-Tisch. Ja, für die Terrasse. Aber bezahlbar. Der... Ja, bleibt fast nichts anderes übrig als der hier. Und ich gucke mal, wie sich der in dieser Holzart macht. Der ist zu groß. Oder? Nun gut. Er ist nicht zu groß, wenn wir diese Frühstücksbar-Geschichte einfach völlig weglassen. Dann geht das. Dann ist der schön großzügig für eine vier- bis fünfköpfige Familie. Und die Holzfarbe würde passen. Also würde passen zu dem Beige von dem Sofa und so. Ich glaube, so eine große Fläche in diesem unruhigen Rotton wäre... wäre too much. Aber er ist schon sehr wuchtig. Erst gucke ich jetzt noch mal, ob man da was... Das sind die vorgegebenen... Ist das hier dieser... Nee, das ist ein anderer Rotton. Dann gehe ich hier mal zu Stil ändern. Ah, da kann man auch Basis und Oberseite getrennt ändern. Ja, das ist einfach so... so krass und unruhig, dieses Holz. Wenn man könnte... Was ist dieses hier? Ah, das sieht man jetzt nicht mehr. Schade, schade. Weil man könnte vielleicht die Farbe nehmen... Poliert ist als gebeiztes... Muss das Birkenholz sein? Ja, ich gucke hier auch mal. Gebeiztes Birkenholz. Und dann schaue ich, ob wir so einen Rotton hinkriegen. Dann wäre das wohl nicht so unruhig. Und die Beine dann in so einem hellen Beige? Ich gucke mal. Tja. Tendenziell gar nicht so verkehrt. Und jetzt schaue ich noch mal... ...wie es damit aussieht. Und die Beine aber in dem ruhigeren Stil lassen. Es ist... ...wenn man das hier so betrachtet, eigentlich ein sehr schönes, interessantes Holz. Ich würde sagen, wenn, dann so. Aber ich gucke noch mal nach anderen Tischen. Aber ich denke mal, bleibt mir kaum was anderes übrig, als dieses wuchtige Ding zu nehmen. Was ist denn das für eine? Oh, viel teurer. Und den... ...wenn man den jetzt hier in dem Holz nimmt... ...die Größe würde besser passen. Aber es ist einfach ein Outdoor-Tisch. ...mit diesen Rillen da drin. Ich funktioniere ja gerne mal Sachen um, aber das ist zu krass. Und der... Nee. Wir nehmen den. Und dann verkaufe ich diese Barhocker. Gut. Ach so. Wir sind im Stiländer-Modus. Okay. Ich will aber verkaufen. So. Gut. Da müssen wir mal sehen, ob wir vielleicht die Küche einfach auch offen lassen können. Nur hier so ums Eck. Weil dann würde man hier von der Küche aus schön direkt zu dem Esstisch kommen. Sonst... Ich meine, alternativ kann man dann halt die Sachen hier auf... ...da diese Schränke stellen. Und da muss man halt rumgehen. Ich denke, das können wir noch mal sehen. Jetzt brauchen wir Stühle. Ah, da haben wir doch solche. Nehmen wir doch die da. Und ich habe dieses Kopier-Funktions-Dingsbums... ...duplizieren. Na prima. So. Wunderbar. So. Und hier kommt noch einer hin für eventuelle Gäste. Den schieben wir aber so weit rein, wie nur irgend möglich. Gut. Ja. Ich denke mal, das ist ein passabler Kompromiss. So. Und hier in dieses Kämmerchen. Am liebsten würde ich hier ja eine Speisekammer machen. Also so Kühlschrank und Speisekammer. Weil dann würde man hier ja einiges an Platz sparen. Aber die Schräge spricht ein bisschen dagegen. Ich gucke mal, was wir so für Kühlschränke haben. So. Kühlschrank Garfrost. Oi, 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 oi. Den könnte man hier schon reinstellen. Aber wenn man die Waschmaschine in diese andere Abstellkammer stellen würde. Hm. Aber überzeugt bin ich von der Idee nicht. Das hier ist ein... Oh, ein kleiner Kühlschrank. Der würde hier immer gut reinpassen. Okay. Sie haben kleine Kühlschränke. Super. Das hier ist ein ganz großer. Jawohl. Der ist noch größer. Oi, 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 oi. Geschirrspüler. Kühlschrank, Kühlschrank. Kühlschrank. Tja. Grübel, grübel. Ich meine, ein hoher Kühlschrank... ...wer in diesem Eckdings sowieso irgendwie passt, passt nicht mehr richtig. Könnte man höchstens ganz links hinstellen. Aber dann ist diese ganze Küche schon sehr klein. Wenn ich die hier offen lasse, ist die ja sowieso sehr klein. Aber es hätte halt echte Vorteile, wenn man hier... ...man bereitet hier was zu essen vor, zu und dann zack, auf den Tisch. Auf der anderen Seite, wenn man hier niedrige Schränke hätte, hätte man erstens mehr Arbeitsfläche und es wäre halt eine optische Abtrennung. Naja, wenn ich bedenke, dass ich in dieser Küche selber nie, ähm, essen würde... So, ich ziehe das mal um. Dann hat dieses Ding wenigstens auch einen Nutzen. Also, ich will das ja hier praktisch nur ausbauen zum Verkaufen. Da muss ich mir, glaube ich, nicht ganz so viele Gedanken machen. Dieses Graffeln. Das ziehen wir einfach auch mal mit. Das ist ein Top-Lader. Das gibt es anscheinend in Amerika noch ziemlich viel. Und in... ...in Deutschland ist das irgendwie was aus dem letzten Jahrtausend. So ein Top-Lader. Ganz am Anfang, als ich noch nicht mal so einen richtig eigenen Haushalt hatte, sondern so... ...ja, so... ...improvisierte WG irgendwie, aber schon ein Baby. Da hatte ich so eine Top-Lader-Waschmaschine. Und die hatte nicht mal eine eingebaute Schleuder. Darum hatten wir auch noch eine extra Schleuder. Und da musste man also die gewaschene Wäsche, die klatschnasse, in diese Schleuder packen. Das war so ein rundes Ding. Und die hat dann gewackelt wie bekloppt. Und... So. Jetzt kaufen wir hier einen... Was ist denn das? Das nehmen wir als irgendwie Deko-Gegenstand. Und das hier wird in den Müll geschmissen. Ja, dann hat es also eine Weile geschleudert unter unglaublicher Wackelung. Und dann kommt man es rausholen. Und... ...aufhängen. An Trockner war natürlich gar nicht zu denken. Und wir hatten Stoffwindeln. Stoffwindeln. Das war lustig. Ja, mit Farbwahl. Aber ich glaube, Farbwahl brauchen wir hier nicht. Den stellen wir hier rein und gut ist. Der passt sogar ganz nach hinten. Und ich denke mal, da brauchen wir erstmal gar nicht viel anderes dazustellen. Das können die Käufer selber machen. So. Jetzt brauchen wir hier aber keinen Kühlschrank unterbringen. Gut. Dann schauen wir mal nach preiswerten Herden. Wobei... Vielleicht erstmal ein Küchenschranksystem. Das ist funktionelle Schränke, Hängeschränke, Standschränke. Okay, gut. Backofen. Da packt man dann ein... ...in Ceranfeld oder so drauf. Ah, und es gibt hier so ganz kleine Waschbecken. Für die Miniküche. Finde ich sehr cool. Ja, gut. Das ist also praktisch hier Spüle und so weiter. Und die... ...Standschränke. Nehmen wir mal einen ganz normalen. Damit wir eine preisliche Größenordnung haben. 236. Und jetzt nehmen wir hier so einen ganz normalen. Der ist teurer. Das war irgendwie klar. Und... Was ist das? Auch teurer. Ah, und das ist hier das schlichte Modell. Auch teurer. Und sehr viel teurer. Also hier haben wir... Vorne sind die Billigsten. Das ist... ...heißt alles Brugs. Okay. Und mit Schubladen dürfte teurer sein. Nö, kostet gleich viel. Wow, praktisch. Dann... ...könnten wir eventuell dieses Design-Element fortführen. Mit diesem... ...gemaserten Holz. Oben als Arbeitsfläche. Und unten ein geradlinigeres Holz. Also so hier Stiltransfer vom Tisch, sozusagen. Ja. Soll ich einfach mal so einen Unterschrank kaufen? Und dann machen wir hier den Stiltransfer. Und dann kaufe ich nach dem erst mal die Funktionssachen, also Herd und Spüle und einen Eckschrank. So. Und hier. Hier. Und hier. Das hat gut geklappt. Also. Da kann man echt nicht meckern. Das ist schon genial. Es gibt so Sachen, die gefallen mir hier weniger gut als beim ersten Hausflipper. Und andere Sachen gefallen mir besser, würde ich sagen. Ganz klar. Also hier so dieser Stiltransfer zum Beispiel. Finde ich, ist ein echter Fortschritt. So. Ich glaube, als erstes kaufe ich jetzt einen Eckschrank. Das dürfte der hier sein. Und ja, die Stilanpassung mache ich dann, wenn ich alles zusammen habe. Gut. Und jetzt kaufen wir den Funktionsschrank Backofen. Das ist ein billiger und das ist ein teurer. Wir nehmen einen billigeren. So. Gut. Wunderbar. Jetzt können wir den hier da dicht ranschieben. Und hier machen wir jetzt eine Spüle. Die muss gar nicht so schmal sein. Ja. Ja. Jetzt. So passt's. Okay. Vielleicht gibt's sogar so ein ganz, ganz schmales Schränkchen. Obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist, dann noch so ein super schmales Schränkchen hinzupacken. Mal gucken, ob's das gibt. Es gibt ein schmales Schränkchen. Ja. Nehmen wir das mit Schubladen. Kost das gleiche. Gut. Das ist hier zu breit. Aber hier... Da ist es okay. Könnte man sogar noch breiter. Ich guck mal, ob es so ein Mittelding gibt. Hier. Passt. Wie die Faust aufs Auge. Wunderbar. Ja. Das tut's ja eigentlich. Und jetzt machen wir noch Oberschränke im gleichen Stil. Da haben wir erst einen mit normaler Breite. So. Passt das so? Oder müsste das höher? Ich glaube, das müsste höher. Ja, so passt das. Aber dann ist der Schmale muss ein... ein... nicht ganz so hoher sein. Wegen dieses Balkens. Ja, und da verlassen sie uns schon. Denn den gibt es nur in voller Höhe. Oder... Wie ist der denn? Mal gucken. Der ist wohl zu breit. Ja. Vielleicht passt es gerade so drunter. Der ist eigentlich zu schmal. Haben wir den hier. Oh, der hier. Schick. Der ist, glaube ich, zu breit, oder? Ja. Der passt. Und der passt auch von der Höhe her. Wunderbar. Und hier müsste jetzt dann über dem Herd einer mit Dunstabzugshaube und einen Eckschrank. Gucken wir mal, ob der Eckschrank besser passt oder der. Kosten tun sie das gleiche. Okay, der da passt so. So sieht eigentlich gut aus. Schließt auch gut mit dem Fenster ab. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch eine schöne Dunstabzugshaube finden. Das wäre dann, glaube ich, auch wieder Funktionsschrank. Oder auch nicht. Muss ich mir auch merken, dass auch die Waschbecken hierbei sind. Hängerschränke. Na, da muss man vielleicht extra Gerät-Dingsbums kaufen. Jetzt gucken wir nochmal her. Okay, das wäre wohl der richtige. Hm. Leider ist dann der Eckschrank nicht ganz passend. Der gefällt mir zwar. Ich gucke mal den anderen Eckschrank. Ob der besser passt. Nee, der passt auch nicht besser. Dann gucken wir mal, ob es einen ganz, ganz schmalen Schrank gibt. Tja. Uh, passt nicht. Was machen wir denn da? Da kann man doch keine Lücke lassen. Das geht doch gar nicht. Hm. Der dürfte auch nicht besser passen. Okay. Dann kann man daraus wohl schließen, dass die... ...die oberen Eckschränke nicht mit den unteren Eckschränken kompatibel sind. Das hinterlässt mich jetzt aber doch sehr ratlos. Diese Lücke geht gar nicht. Ja, hier sind einfach nur die anderen Typen. Hm. Jetzt gucke ich noch mal, ob dieser Eckschrank vielleicht besser passt. So, hier an die Wand. Ich meine, es bleibt rot. Nee. Passt überhaupt nicht besser, weil der genauso groß ist wie... Jetzt schauen wir mal. Nee, der Herd hat normale Breite und der Eckschrank, der geht halt bis hier. Und jetzt niedrigere Breite. Gibt es wohl nur den? Was ist das für einer? Der würde das so ein bisschen besser füllen. Und da das offen ist, könnte man sich vielleicht so vorstellen, dass das ein... So. Vielleicht kann man da noch so eine Dunstabzugshaube reinfriemeln oder so. Weil dann könnte ich das so machen und das einfach alles ein bisschen verschieben. Weil ich finde, es ist wichtiger, dass es geschlossen wirkt, also ohne Lücken, als dass es präzise hier abschließt, nach unten. Ja, so kann ich das vertreten. Und jetzt gucken wir noch mal, ob es das Elektrogerät Dunstabzugshaube gibt. So. Da gibt es sowas. Ach. Gibt es hier auch einen Preiswerter? Nö. Das sind alles die schicken Sachen. Und die ist recht preiswert. Hm. Aber ich schätze mal, die passt hier gar nicht, oder? Da müsste man das leer lassen. Dann würde es gehen. Dann lassen wir den Schrank einfach weg. So. Da mache ich natürlich dann schon Verluste, wenn ich mich so hin und her entscheide. Aber ich übe ja noch. So. Naja. Es ist, äh, nicht optimal. Aber ich denke mal, damit kann man halbwegs leben. Und jetzt machen wir wieder den Stiltransfer. So. Mal gucken. Ja, man kann die hier alle. Okay. Okay. Da ändern sich nur die Seitenteile. Na, das passt schon. Na, Küche. Äh, Stielkopierdings. Geh weg. Jawohl. Hm. Jetzt gucken wir mal, wie das von da aussieht. Ich denke mal, man kann darauf verzichten, ähm, so einen Quer-Quer-Unterschrank noch zu machen, um das noch mehr abzutrennen. Diese Säule hat schon was Abtrennendes. Und der Tisch hat ja auch was Abtrennendes. Abtrennendes. Der ist sozusagen das verbindende Glied zwischen Wohnbereich und Küche. Und ich denke mal, das kann man so lassen. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Deko unterkriegen. Ähm, Dekoration. Zubehör. Jo. Gut. Einzelnes Essen. Na, da kann man mal schön kombinieren. Kuchen. Kuchen. Der hätte dann keinen Teller. Okay, ja. Also muss man dann auch noch einen Teller. Einkäufe. Ah, das ist das. Das ist Badezimmer. Das ist Küchenzubehör. Das ist eine Tartform. Hier sind diese eckigen Teller, die man nicht stapeln kann. Schneidebrett. Kaffeemaschinen. Die ist schon irgendwie schick und style. Da kann man nicht meckern. Und dieses Dings ist ein Abtropfgestell. Okay. Jetzt schaue ich mal, ob ich einen großen Teller finde für diesen Kuchen. Und die Farbe finde ich eigentlich ganz passend. So. Und dann gucken wir mal, ob wir den Kuchen da drauflegen können. Pizza ist auch nicht schlecht. Aber jetzt probieren wir es erst mal mit dem Kuchen. Gut. Der rastet da nicht ein. Hm. Schade. Die Pizza auch nicht. Ob man die Sachen einzeln einfach so hinstellt? Kuchenstück. Das würde da drauf passen. Okay. Gut. Und die Torte, die hat sogar einen Teller. Das ist gut. Dann stellen wir hier eine Torte hin. So. Und eine Ananas finde ich auch ganz schön. Ah, ich muss noch ein Ceranfeld hinstellen. Sonst kann man ja nicht kochen. So. Also nochmal zu Elektrik. Haushaltsgeräte. Da gibt es diese Kochfelder. Oh. Kostet auch ordentlich. Und da gibt es diese. Und das da. Tja. Das nimmt sich nicht viel. Ich nehme mal so eins. Gut. Im Amiland sind Gasherde noch ziemlich verbreitet. Und auch in vielen deutschen Städten. Aber ich denke mal, so ein Induktionsfeld ist einfach moderner. So. Jetzt. Was ist das? Mobilitäten. Ah. Oh, für Alte. Cool. Büro. Sonstiges. Den Mülleimer sollte man schon hinstellen. Den könnte man vielleicht hier hinstellen. Und in Rot macht er sich ganz gut. Dann findet man den wenigstens. So. Gibt es hier Obstschalen? Oder muss man die selbst zusammenstellen? Anscheinend muss man die selbst zusammenstellen. Das ist dann natürlich heftig. Aber man könnte hier einfach ein bisschen Obst auf diesen Teller drauflegen. Ja, das geht. Wunderbar. Nee. Tomate ist kein Obst. Zwar botanisch gesehen schon. Zehn Ocken kostet die Banane? Dann nehmen wir lieber eine Mandarine. Das gibt's doch nicht. Die Wassermelone kostet drei. Äh, die ist zu groß. Dann legen wir noch einen Apfel dazu. Gut. Es ist hier zwar keine so schöne üppige Obstschale, aber ist ein Teller mit Obst. Und dann gucke ich mal, ob ich uns noch eine Küchenmaschine gönne. Das ist hier. Kleine Geräte. Einen Wasserkocher. Den finde ich cool. Ja, der sieht doch richtig klasse aus. Schön altmodisch. Der Mixer kostet 56. Ah, das ist der Kaffeemaschine. Habe ich, glaube ich, auch gesagt. Ja, Kaffeemaschine. Mikrowelle ist billiger. Da ich jetzt einen Wasserkocher schon habe, sind das Teetrinker. Und das ist eine billige Mikrowelle. Und... Kann man die rot einfärben? Weil das sieht ja irgendwie ganz cool aus, diese roten Sachen, finde ich. Ja, das würde passen. Die stellen wir hier hin. So. Und das muss an Küchendeko reichen. Hier haben wir noch dieses olle Handtuch. Es ist eigentlich zu olle, oder? Weil das so hingeschmissen ist. So unordentlich. Na komm. Kann man das nicht verkaufen? Muss man das wegschmeißen? Und auf den Esstisch stellen wir auch noch irgendwas für, vielleicht Kerzenständer, falls es sowas gibt. Dekorationen, rumstehende Sachen, rumstehende Sachen, ja, Kerzen gibt's. So was hier vielleicht? So was hier vielleicht? So. Na ja, ich denke mal, das geht schon halbwegs so. Ich guck mal, ich guck mal, ob ich die Türe hier anpassen kann. Vom Stil her. Dieses Stilkopierdings finde ich schon ziemlich cool. Nehmen wir mal von hier. Und gehen wir hier. Ja, ja, passt. Gut. Was machen wir hier? Einfach mal zacki, zacki. Überall. So, ob diese Tür für außen dann so passt, müssen wir mal sehen. Na. So. Aber fürs Erste finde ich das ganz gut. Vielleicht sollte ich auch fast dieses Grün von dieser Säule ändern. Dann nehmen wir hier wieder davon, weil das sind ja mehrere Werte. Okay, das geht anscheinend nicht. Hm. Ich probiere es mal von hier und da. Stil einfügen. Ne, das geht nicht. Okay. Da muss man dann mit leben. Dass das nicht geht. Ich meine, es passt zu den grünen Elementen hier. Okay. Dann können wir uns ja in der nächsten Folge schon ans Obergeschoss machen. Ich würde sagen, wir fangen dann mit dem Elternschlafzimmer an. Und nehmen dann die Kinderzimmer nach und nach uns vor. Und dann am Schluss das Bad und Flur und so. Vielleicht streiche ich den Flur in der Zwischenzeit noch mal in diesem hellen Beige. Ich denke mal, das würde schon passen. Ja. Und das würde vor allem diesen dunklen Flur deutlich heller machen. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.